Was möchtest du hierbleiben? Möchtest du hierbleiben? An sich nicht. Und warum nicht? Weil ich so schlecht behandelt wurde. Wie der letzte Dreck. Wo es dir besser geht? Daheim. Und wo ist daheim? Da geht es mir besser. Wo ist daheim? In Nesburg. Und warum geht es dir daheim besser? Warum geht es dir daheim besser? Weil man mich weggenommen hat. Bist du nicht freiwillig hier? Bist du freiwillig hier? Nein. Man hat mich doch weggenommen. Einfach ohne mich zu fragen. Wann? Und möchtest du wieder heim? Ja. Und wann? Wann möchtest du wieder heim? Gleich. Und was ist heute für ein Tag? Was haben wir heute für einen Tag? Mittwoch, der 27. Du bist schon hier? Zwei oder drei Tage. Der Amtsrichter, Dr. Kragler, der hat bestimmt, dass es dringend notwendig ist, dass du in ein Altenheim gehen musst. Ich? Ja? Findest du das richtig? Nein. Warum nicht? Der hat auch nicht das Recht zu bestimmen. Aber der ist Richter. Nein. Der ist Amtsrichter. Der ist Amtsrichter. Wahrscheinlich Vollakademiker. Ja. Und ein Doktor. Ich bin auch Akademiker. Ja? Und? Ich bin auch kein Blöde, Jan. Hat das nicht nur Fehler? Nein, nein, nein. Also... Da war ich auch gar nicht damit einverstanden. Willst du dich nicht dem richterlichen Beschluss fügen? Du kannst doch nicht einfach dich über einen richterlichen Beschluss hinwegsetzen. Das kann der auch nicht über mich machen. Ich habe ja die gleiche Position wie er. Was bildet sich denn der ein? Ha? Ich habe ja auch was zu sagen. Wenn ich irgendein Herdlaufende wäre. Mit Volksschulbildung oder Realschule oder so etwas. Und was bist du? Und was bist du? Und was bist du? Ja. Was bist du überhaupt? Was du bist? Was bist denn du überhaupt? Ha? Was bist du? Ja, meine Vollakademische Ausbildung als Chemikerin. Und nachher war ich auch als Chemikerin in der Papierfabrik Beinfurt eingesetzt. Nein eben nicht. Ich war keine Laborantin. Ich war doch keine Laborantin. Und was warst du dann? Chemikerin. Was ist da der Unterschied? Eine Vollakademische Chemikerin war ich dort. Und was ist da der Unterschied? Was ist da der Unterschied? Ha! Ein Unterschied. Ein akademisches Studium und ein gewöhnliches. Und in Braut kriegst du kein akademisches Studium. Das ist der Unterschied. Hm? Die Chemikerin. Ob du bloß in eine gewöhnliche Schule gehst. Oder ob du das Abitur machst und alles machst. Hm. Ich bin Papa. In der absolute kalti. Ich bin Papa. Und wir werden das Abitur machen. Und ich bin Papa. Ich brauche darum, warum uns bei mir es auf die Frage kommen. Ich brauche, dass ich sein ... Vielen Dank.